Günstige kaufen ist keine Kunst, kommen wir morgen einfach zum GOB. 500 Gramm Jubilor, gemahlen und Vakuum verpackt, kostet morgen bei GOB nur 4 Franken. Und die Aroco Orange aus Sizilien im Netz an 2 Kilo nur 3,30. Alle Sorten Cheba in den 100 Gramm Potionenschalen bekommen sie für nur 95 Rappen. Ausserdem offeriert Ihnen GOB der Satrap Kaffeeautomat ganze 20 Franken günstiger. Also, kommen wir doch morgen vorbei.